Woran willst du dich erinnern? Woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück Auf das, was wirklich bleibt Wir haben nicht unendlich viel Zeit Sag mir, was wirklich bleibt Und dann schaust du zurück, zurück Auf die Schatten und das Glück Wir haben nicht unendlich viel Zeit Sag mir, was wirklich bleibt Schnell zum ELW Was los ist, weiß ich leider auch noch nicht Aber das werden wir gleich sehen Und entschuldigt mich für dieses zittrige Bild Gleich zu Beginn Ups, und hab geschwürt Ey, Mist Wie gesagt, ich mach diesen ELW nicht so gern Aber, oh, sind schon da Tja, uff Groß, 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 groß Oh, großer Gott, oh, großer Gott Oh, großer Gott Oje, Mini, oje, Mini Ich nenne mich gleich an die Seite Wir brauchen gleich mal die Polizei Und so Zum Absperren Dieser Strecke Und zuerst kommt die Feuerwehr Natürlich Also ich fahr gerade mit nem Lösch Fahrzeug raus Das ist absichtlich, weil Es könnte ja zu brennen beginnen Und überhaupt Bei so einem großen Unfall Werde ich auch Mit dem ganzen Lösch-Trupp Auch noch ausrücken Und man weiß hin Das Problem Ist, dass wir hier Gleich auf einer Hauptstraße sind Das ist eigentlich Unser Hauptproblem Okay Und mit dem ersten Röst hinaus Es nicht mitbekommen hat Was Okay Sünden Na Ja Und mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es geht ja auch nur ums Ausschauen hier bei solchen Einsätzen. Und hier muss ich leider mit dem ganzen Röstkomplott auflaufen. Und hier muss ich leider mit dem Röstkomplott auflaufen. oder nehmen wir es halt Tja Tja, solch ich einen umfahre, brauchen wir auch Verstärkung, aber halt vom Abschleppdienst. Aber ich fahre ja mittlerweile nur hin mit diesem LKW. Ich werde noch abseits stehen. Echt, die Polizei brauchen wir jetzt nicht mehr. Ohm, laut. Meine Kameraden sind nur vier verletzte Leute. Und einer davon, glaubt sie, ist schwer verletzt. Wenn das der Fall ist, brauche ich nur mit einem NRW auszufahren. Das ist natürlich cool, denn brauche ich nicht mit sehr vielen Fahrzeugen raus. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, der RTV ist der Wichtigste. Nach dem Neb. Es ist immer wieder solche Schweine gibt. Ja, der RTV ist der Wichtigste. Ja, der RTV ist der Wichtigste. Tja, das war's. Naja, es sind doch weniger Verletzte als zuerst angenommen. Am Wochenende mit einem RTV kommen. So sagte es mir der Neff, also der Notarzt. Tja, danke, dass ihr heute es wieder angeschaut habt. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt.